Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Detect. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und an dieser Stelle mal wieder ein dickes Dankeschön für den coolen Livestream gestern Abend. Wir haben zwar nicht wirklich viel geschafft, ich zeige euch mal ganz kurz, was wir geschafft haben. Und zwar haben wir an der Mauer weitergebaut, die haben wir jetzt endlich fertig gebaut. Ich hatte dann irgendwie aber doch keinen Bock mehr auf Craft Detect und dann haben wir relativ zeitnah auch schon angefangen, Rainbow Six Siege zu spielen. Und haben dann sogar abends noch H1Z1 gespielt. Das hat mega viel Spaß gemacht, das war ein richtig cooler Stream. Dankeschön an alle Leute, die gestern wieder da waren und wir sind jetzt übrigens schon bei 813 aktiven Subscriber. Und hier seht ihr übrigens, ich habe jetzt die ganzen Dinger fertig gebaut, die Zinnen oben und wir haben hier die Treppe soweit erstmal gebaut. So wie sie jetzt gerade aussieht, gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Gestern hat der Chat auch gesagt, so, yo, geht klar, können wir so lassen. Also wir haben hier unten einfach so ein paar Stelzen hingebaut und dann hier die Treppen so und dann obendrauf noch Zäune als eine Art Wegabgrenzung oder eine Art Geländer, damit man halt nicht runterfällt über die Seite hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus und so lassen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal. Das heißt, die Mauer ist fürs Erste abgeschlossen. Wir werden natürlich später nochmal die Schießlöcher oder die Schusslöcher oder wie auch immer diese kleinen Lücken da reinbauen, damit wir nach außen uns auch verteidigen können. Das hatte ich ja gesagt. Aber ich möchte heute endlich mal den Kuhstall bauen und die Kühe befreien, weil langsam geht mir das ein bisschen auf die Nudel, dass die Kühe hier so eingequetscht stehen. Auch wenn das nur ein Spiel ist, tut mir das wirklich leid, wenn ich sehe, wie diese Kühe hier stehen. Deswegen werden wir heute einen Kuhstall bauen. Den werde ich hier auf diese Seite bauen. Ich habe mir da schon was für überlegt. Und da werden wir jetzt gleich mal mit anfangen. Ich baue erstmal diesen Baum hier ab. Und dann müssen wir mal schauen. Es gab auch ein paar Leute, die sogar auf Twitter schon Vorschläge geschickt haben unter dem Hashtag ThunderCraft. Das fand ich ganz cool. Ich habe mich ein bisschen daran orientiert, an der Größe des Stalls, aber ich baue den trotzdem ein bisschen anders auf. Also das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, an denjenigen, der das gebaut hat. Ich fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Und Leute, eine echt richtig krasse Sache. Und zwar, guckt euch das an. Ich war beim Friseur. Ich habe es endlich geschafft. Nach zweieinhalb Monaten habe ich es endlich mal geschafft, wieder zum Friseur zu gehen. Das war so stressig. Ich musste heute Morgen dann mit dem Hund extra zu meinem Dad fahren. Ich habe dann auf den Hund aufgepasst und dann habe ich zum Glück noch einen Friseurtermin bekommen. Und ich muss da auch sagen, da bin ich ein bisschen anspruchsvoll. Ich bin ja jemand, ich gehe immer zu einem Friseur. Und der Friseur, der hat einfach so geile... Also der kostet 5 Euro mehr als jeder andere Friseur. Aber wenn man Haare waschen geht und so, dann hat der richtig geile Stühle mit Rückenmassage und so einen Scheiß. Also ich bin da so richtig der verwöhnte Bänge. Also es war auf jeden Fall mega nice, heute beim Friseur wieder zu sein. Richtig cool am Ende Kopfmassage bekommen und so. Und dementsprechend bin ich jetzt wieder frisch hier rasiert auf dem Kopf. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, wir können hier frisch rasiert auf dem Kopf den Kuhstall bauen. So, meine Güte. Herrlich. Ich bin echt happy darüber, dass ich das jetzt endlich mal geschafft habe. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Kuhstall. Und zwar habe ich mir da so ein bisschen das Ganze vorgebaut auf einer anderen Welt. Die ist jetzt hier gerade geöffnet. Aber das ist halt jetzt nichts mega Besonderes. Das war eigentlich nur so eine ganz grobe Geschichte. Und zwar möchte ich das Ganze so machen, dass wir direkt hier an dem Hühnerkäfig... Oder warte mal, lassen wir eine kleine Lücke. Hm, lassen wir eine Lücke oder bauen wir direkt durch? Ich würde sagen, wir machen das direkt durch. Das heißt, ich werde hier... So. Hier eine Säule. Ich glaube, was habe ich gemacht? Drei. Eins, zwei, drei. Nach oben, glaube ich. Genau. Und dann habe ich einen frei. Dann einen Zaun. Und dann habe ich wieder... Warte mal. Einen frei. Eins, zwei, eins. Und dann hier. Zack. So. Und zwar mache ich das Ganze so. Und jetzt machen wir das relativ cool. Und zwar machen wir das so, dass wir jetzt hier irgendwelche Steine reinsetzen. Ich weiß nicht, ob wir das mit Clay machen oder so. Da habe ich mir keine Gedanken zu gemacht. Ich habe das auf der Welt, die ich vorgebaut habe, habe ich das mit Wolle gemacht. Mit weißer Wolle. Einfach ganz easy. Aber da wir momentan keine Schafe haben, macht das nicht wirklich viel Sinn, da jetzt irgendwie Wolle einzuplanen, weil wir momentan noch keine Wolle haben. Die könnten wir natürlich später sammeln. Und wir könnten dann zum Beispiel diese Steine vorübergehend erstmal nehmen und die hier so reinsetzen. Gefällt mir jetzt... Ja, können wir erstmal machen. Provisorisch könnten wir das jetzt machen. Ich mache das jetzt so, dass wir jetzt haben wir hier wieder Zaun und dann haben wir hier wieder die Dinge. Dann kommt wieder... Ne, warte mal. Dann kommt eine Säule. Genau. So. Dann kommt wieder eins, eine... Genau. Dann kommt wieder die. Dann kommt eins, zwei, frei. Dann kommt wieder so einer. Und dann kommt wieder eine Säule. So. Und das machen wir jetzt... Viermal haben wir das jetzt, glaube ich, gemacht. Oder dreimal. Ich weiß es jetzt gar nicht. Eins, zwei, drei. Genau. Drei Eingänge haben wir jetzt. Und diese drei Eingänge, die baue ich aus dem Grund, weil ich das ganz cool finde, dass wir dann mehrere Möglichkeiten haben, um rein und raus zu gehen. Das heißt, wenn die Kühe zum Beispiel sich alle nach links drängen, dann haben wir hier die Möglichkeit. Und wir könnten später zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen gar nicht so viele Kühe. Dann unterteilen wir das hier einfach und machen dann hier zum Beispiel nochmal Schafe rein. Und das Schöne ist, dass wir das nach hinten hin, und deswegen baue ich das auch direkt am Berg, direkt nach hinten hin in den Berg noch reinführen können. Das heißt, wir könnten rein theoretisch den Stall auch erweitern und einfach in den Berg reinbauen. Das ist auf jeden Fall so die Idee bei der ganzen Sache. So, und jetzt habe ich halt überlegt, dass wir die ganze Außenwand eigentlich aus Wolle bauen. Ich finde das aber irgendwie ein bisschen uncool, wenn wir jetzt komplett Wolle machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das folgendermaßen. Wir setzen hier einfach mal drei. Dann habe ich hier wieder eine Säule, würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Dann machen wir eins, zwei, drei. Und dann ist das zu. Genau. Dann machen wir hier zwei weg in der Mitte. Und dann setzen wir da nämlich Glasscheiben rein. Dann kommt hier ein bisschen Licht auch in die Bude rein. Hier unten setzen wir wieder Steine hin. Die machen wir auch komplett durch, würde ich sagen. Und hier oben setzen wir auch nochmal Steine hin. Genau. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, das sieht jetzt nicht so mega krass aus, aber es ist auf jeden Fall für den Kuhstall auf jeden Fall ausreichend und es passt halt zur Burg momentan. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie Augenkrebs bekommt oder so, wenn man sich das anguckt. Von daher ist das erstmal alles cool. So, das Dach würde ich gerne aus dem Spurswood bauen. Und zwar würde ich da gerne Spurswood Stairs nehmen. Die würden wir einfach, oder machen wir Slaps. Ne, Slaps glaube ich ist zu Slaps. Doch, Slaps ist wahrscheinlich sogar noch besser. Weil ich möchte das Dach nicht so mega spitz haben. Und weil ich das nämlich nicht spitz bauen möchte, sondern ich möchte das schräg bis zum Berg bauen, werden wir das einfach so machen. Und dafür nehmen wir einfach mal die Workbench, die ich zum Glück im Inventar habe. Und dann bauen wir das Ganze einfach mal, ne. Gucken wir mal einfach. So, zack. Dann bauen wir ein paar Stairs. Zack. So. Ach, Alter, warum ist denn das... Warte mal, ich hätte, glaube ich, das Dark Oakwood nehmen müssen, ne. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz was. Ja, nein, ich hätte das Dark Oakwood nehmen müssen. Wir machen mal die Hälfte von dem Dark Oakwood zu Stairs. Ah, nein, nicht zu Stairs. Zu Slaps. Zu Slaps. Ich wollte Slaps machen. Lol. Jetzt habe ich schon fast einen Fehler gemacht. Ähm, zack. Okay. So, jetzt haben wir ganz viele Slaps. Das ist schon mal gut. Und jetzt können wir nämlich hier oben, so, überhängend, das Dach anfangen. Das heißt, wir bauen jetzt hier einmal die Kante durch. Das ist jetzt nicht so ein Lager oder so ein Stall, wie jetzt zum Beispiel der, äh, letzte. Äh, beziehungsweise das Lager. Das Lager war ein bisschen detailreicher. Aber ich finde, das reicht auch einfach voll für einen Kuhstall. Brauche ich hier keine riesengroßen, äh, was weiß ich, irgendwas hinlegen. Sondern das reicht, wenn man hier einfach hingeht und, ähm, ein schönes Gebäude baut, was einfach, äh, schnuckelig hier reinpasst in die ganze Atmosphäre. Weil alles andere wäre einfach voll übertrieben. Deswegen bauen wir einfach mal jetzt hier so das Dach hin. Jetzt müssen wir mal schauen, ne. Äh, bauen wir da Stairs hin oder bauen wir hier ein Lager hin oben drauf noch? Weil das Dach wird ja jetzt ein bisschen höher sein. Das heißt, wir werden hier oben ein bisschen Space haben. Rein theoretisch könnten wir da noch so ein kleines, in Anführungszeichen, Lager reinbauen. Hmm. Ne, passt auf, wir machen das so, wir bauen jetzt erstmal ganz straight, äh, das Ganze hier durch. Das heißt, ich werde jetzt hier, oh nein. Ich werde jetzt hier erstmal das Dach durchziehen. Der Early Boy wollte übrigens mit mir aufnehmen. Der ist jetzt sogar gerade auf dem Server drauf. Aber der Early Boy, äh, ich wollte eigentlich um 9 Uhr heute Morgen aufnehmen. Und hab mir dann, äh, gedacht so, komm, rufst den Early Boy mal an. Dann hab ich hier ein WhatsApp geguckt. Und Early Boy war einfach um 4 Uhr noch online. Also hab ich mir gedacht, okay, komm, schonst du den Early Boy ein bisschen. Dann rufst du erstmal beim Friseur an und guckst, ob du das jetzt mal geregelt kriegst. Dann hab ich beim Friseur angerufen, bin da jetzt hingefahren. Und jetzt haben wir gerade 12 Uhr 41. Und ich hab ihn vor 15 Minuten angerufen. Und der war immer noch am pennen. So, ne, ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, hab ich ihn angerufen. Ich sag, Digga, wie sieht's aus mit aufnehmen? Ja, ich komm jetzt gleich. Und so voll verpennt hat er dann so, äh, geantwortet. Dann hab ich gesagt, äh, warst du doch geschlafen oder was? Der so, ja, äh, ich bin aber in 5 Minuten da. Ja, 10 Minuten später war er immer noch nicht da. Dementsprechend hab ich jetzt gesagt, ich nehm jetzt erstmal eine Folge auf. Und dann kommt morgen eventuell auch wieder eine Folge mit Early Boy. Mal schauen. Der hat mich gestern gefragt, ob ich Bock hab, äh, ob ich immer noch bei der Polizeigeschichte dabei bin. Und ich hatte gestern im Livestream gesagt, und das hab ich auch die letzten Videos gesagt, dass ich mich erstmal komplett aus dieser ganzen, äh, Roleplay-Geschichte erstmal enthalten möchte. Dementsprechend auch nicht bei der Polizei weitermachen möchte. Was natürlich für den ein oder anderen jetzt, äh, auch ein bisschen schade ist, weil ich mich selber mega darauf gefreut hab, aber ich hab's ja jetzt schon mehrmals erklärt und ich werd da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, dass das Roleplay halt mir momentan nicht so viel Spaß macht. So, und jetzt würd ich sagen, an dieser Stelle bauen wir das Dach einfach mal gerade. Um einfach mal zu schauen, wie das Ganze optisch wirkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz cool aussieht. So, wir bauen das einfach mal so durch. Bis zu der Kante hier, würd ich sagen. So, und dann schauen wir mal, wie das Ganze, äh, einfach wirkt und ob das gut rüberkommt. Und wenn das blöd aussieht, dann müssen wir uns da was einfallen lassen. Ich würd eigentlich ungern jetzt das Dach noch spitzer machen, weil, äh, beziehungsweise noch höher machen, weil das passt dann einfach von den Proportionen, äh, Proportionen einfach nicht, ähm, zu dem Gebäude. Müsst ja auch irgendwie schauen, dass die Proportionen zueinander passen. Dementsprechend denke ich, dass das so eigentlich ganz gut aussehen wird. Und wenn das jetzt nicht passt, dann werd ich einfach hingehen und, ähm, da rennt der Early Boy gerade wieder. Hahaha, die Pflaume, ey. Ach, der Early Boy, ey. Schon ein korrekter Dude. So, okay. Äh, jetzt bauen wir mal ganz kurz eben die nochmal hier ab, die, äh, Klötze hier. Und dann setzen wir da einfach noch das Ding drauf. Warte mal. Zack, zack. So, hier machen wir das auch zu. Und dann können wir rein theoretisch, wie gesagt, dann in Zukunft sogar hingehen und, ähm, das Ganze nach hinten hin ausweiten. Das find ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ihr wohnt nicht mal im Norden. Paar. Early Boy und Pilze. Pilz heute Abend seid ihr fällig. Okay. Jetzt geht's da schon wieder los. Das find ich so ein bisschen nervig so, wenn, 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 wenn die immer ihr komisches Roleplay da in den Chat reinballern, weil das lenkt einfach mega einfach vom Video ab. Also nicht nur, nicht nur euch wahrscheinlich, sondern einfach auch mich. So, ähm, hier kommen jetzt, hallo, der Early Boy, der steht da rum. So, zack, zack, ach. So, eins, zwei, ähm, und dann, der soll jetzt bloß keinen Scheiß machen, sonst hat der sofort verkackt bei mir. Leute, wenn irgendjemand Scheiße macht, ne, das müssen wir in Zukunft jetzt einführen, dann müssen wir irgendwas, äh, uns überlegen, dass alle rübergehen zu demjenigen und irgendwas schreiben. So wie bei Kevin mit dem Grrrr. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich find das ganz lustig. So, haben die Leute, dann haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Das ist eine gute Sache. Wenn euch irgendwas einfällt, schreibt einfach mal in den Chat, was man da machen könnte. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. So, Community-Power-mäßig gehen dann alle zu den Leuten rüber und schreiben dann irgendwie so, Zanders, Zanders handwirtig zerschmettern oder so. Keine Ahnung. Okay, so, äh, hier oben haben wir jetzt erstmal, das hab ich ja angefangen schon zuzubauen, das sieht aber irgendwie nicht so nice aus, ne. Ich glaub, das, ähm. Mal, lassen, machen wir das zu? Machen wir das zu? Ich weiß es nicht. Es muss eigentlich zu sein. Und vor allen Dingen muss die Kante hier oben, guck mal, hier oben die Kante, das muss eigentlich zugebaut werden, ne. So, und das passt sogar. Nice. Yes. Da haben wir es sogar schon gemacht. Okay. Äh, das heißt, wir haben hier Glas. Da haben wir Glas. Hier setzt man nichts rein, außer die, äh, Zauntore. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten sind wir bei elf. Okay, passt. Alter, ich hab gedacht, wir brauchen viel länger für den Zaun. Äh, scheiße. So. So, und jetzt haben wir hier diese Lücke, mehr oder weniger, ne. So, das kann man wieder wegnehmen hier. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt das Dach, soweit erstmal fertig. Ähm, und ich würd sagen, wir machen hier oben nochmal so einen Querbalken rein, damit das Ganze einfach auch so ein bisschen aussieht, als wär hier, äh, auch ein bisschen eine Konstruktion drunter. Mein Gott, Alter. Ja, das ist genauso schlimm, wie Stairs setzen, übrigens. Ich hab ja in den letzten Folgen immer gesagt, dass Stairs setzen richtig nervig ist, aber ich finde, das ist genauso schlimm. So, und hier setzen wir einfach nochmal den Balken so drunter. Zack. Das machen wir hier natürlich auch. So. Hopp, 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 hopp. So, sehr schön. Okay. So, und jetzt könnten wir rein theoretisch, wie gesagt, das Ganze nach hinten hin ausbauen, dass wir das Ganze in den Berg reinsetzen. Ich glaube, das könnte sogar wirklich richtig, richtig cool aussehen, dass wir das vernünftig in den Berg reinbauen, also wenn wir es wirklich schön machen. Ähm, dass man dann innen drin sozusagen noch eine, äh, ja, mehr oder weniger eine, äh, dass man innen drin noch mehr oder weniger den Stall erweitert. Das könnte man dann einfach schauen, aber bevor wir das jetzt machen, würde ich jetzt gerne erstmal noch ein paar Zauntore bauen. Und zwar macht man die, ne, das sind, genau, das war falsch rum. Zauntore und Dingens. Warum haben die das Crafting-Rezept eigentlich geändert? So, popp, elf Stück. Das sind, glaube ich, zu viele, aber das ist nicht so schlimm. So, passt auf, das wird richtig nice aussehen. Zack, zack. So, machen wir hier zwei hin. Zack. Ah, nein. So. Zauntore sind auch übertrieben ätzend. Nein, Quatsch. So, zack. So, und damit haben wir eigentlich, äh, den Kuhstall erstmal soweit fertig. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Also, es ist halt einfach, äh, total, äh, äh, schnuckelig. Einfach ein bisschen was Kleineres. Finde ich eigentlich ganz cool. Die einzige Sache, die jetzt vielleicht störend sein könnte, ist, äh, dass die Steine eventuell, oh lol, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten rein theoretisch den Stall genauso aufbauen wie den Hühnerstall. Wir könnten rein theoretisch auch dieses, äh, helle Holz nehmen, anstatt die Steine. Nehmen dann, ähm, diese, äh, Stoneslabs. Davon haben wir auch mega viele. Da müsste ich das ganze Dach nochmal austauschen. Aber das würde ich eigentlich auch nochmal machen. Passt auf, Leute. Ich lasse das einfach mal in eurer Hand. Ähm, entscheidet ihr. Sollen wir den Stall so lassen? Oder sollen wir, äh, in die, äh, den Stall so aufbauen wie den Hühnerstall? Also, die Holzflöcke haben wir ja schon. Also, die hier. Äh, und dann könnten wir die Steine, die hier, also die Stonebricks, könnten wir austauschen gegen dieses Birchwood. Und dann könnten wir das Dach austauschen gegen Stoneslabs. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht werde ich sogar eine kleine Umfrage hier oben, äh, äh, da, da, glaube ich, in der Ecke. Ich glaube da. Äh, in der Ecke so ein kleines i ploppt da auf. Da könnt ihr draufklicken und eine Umfrage mitmachen. Wenn ich das vergessen sollte, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ich es nicht vergesse, könnt ihr da einfach ganz easy abstimmen. Ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende der Folge angekommen. War heute wieder eine richtig chillige Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach in dem nächsten Video wieder. Morgen um 14 Uhr. Vergesst nicht heute 16 Uhr Planet Coaster, 18 Uhr Road to Diamond. Bis dahin, haut da rein. Ciao.